Wir sind zurück vom Model 3 Event. Wir sind heute Nacht um 1 Uhr hier im Hotel in Palm Springs angekommen. Wir haben auf dem Rückweg noch schön klassische deutsche Schlager Lieder gesungen mit Roland Kaiser. Wir waren richtig gut drauf und aufgedreht und haben jetzt schön bis 8 Uhr geschlafen. Wir sind hier in Palm Springs. Hier ist ein wunderschönes Hotel, ein 50s Hotel. Und möchten ankündigen, dass wir am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit einen Livestream machen. Über diesen Event. Über das Model Y Anfield Event. Ich habe schon gesehen, dass viele von euch enttäuscht sind von dem Auto. Viele der Kommentare auf Facebook und auf Twitter und überall, wo ich die ganzen Bilder gepostet habe, da waren viele enttäuscht. Das haben wir uns anders vorgestellt. Das ist ja ein aufgepumptes Model 3. Ja, was habt ihr denn erwartet? Klar ist das nur ein aufgepumptes Model 3. Und natürlich ein paar Features, die ihr immer gesucht habt. Und zwar große Heckklappe und noch vieles andere. Darüber reden wir dann am Sonntag. Und wir reden am Sonntag natürlich auch noch über den Gripbeitrag, der bei euch dann schon gelaufen ist. Wo ich natürlich glamourös liegen geblieben bin. Das werden die natürlich gezeigt haben. Da wollen wir auch mal drüber reden, wie ihr den fandet. Und zwar über den E-Cannonball. Und das haben wir alles geplant für unseren Leitstreben. Am Sonntag eine Stunde. Seid alle dabei. 20 Uhr, deutscher Zeit. Und jetzt wollen wir erst mal frühstücken. Ich kühle mir auch die Füße weh von gestern. Und die Arme. Zwei Stunden irgendwie. Oder eine halbe Stunde. Wie lange war ich noch auf der Bühne? Die Kamera hochgehalten. Wir sind ja auf Probe mitgefahren. Wir sind ja auch auf Probe gefahren. Und ich saß hinten und ich habe den Kofferraum gesehen. Und ich saß hinten und habe genug Platz gehabt. Das stimmt. Wir saßen nebeneinander. Und das mit 1,60. Wahnsinn. Also freut euch auf den Sonntag. 20 Uhr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.